Hallo zusammen, das ist Micha von der Rampen. Es ist ja schon so ewig her, dass ich euch irgendwann mal angerufen habe und ich habe in letzter Zeit so viele Nachrichten auf Insta bekommen. Micha, ruf uns mal bitte wieder an. Und nachdem wir das so viel Spaß gemacht haben, dachte ich, wir machen das jetzt einfach nochmal. Let's go! Ich brauche nur noch Handynummer, die ich anrufen kann, deshalb gehe ich jetzt mal eine kurze Runde auf TikTok live und ja. 2000 Jahre später. Hallo zusammen! Wisst ihr was? Ich mache gerade ein YouTube-Video und ich werde jetzt ein paar von euch anrufen. Also, falls ihr wollt, dass ich euch anrufe, schickt mir eure Handynummer privat auf Instagram und maybe ruf ich euch dann an. Wir haben ja schon die erste Nummer und zwar von der lieben Lara. Okay, let's go! Sind wir mal gespannt, ob die Lara rangeht. Ja. Hallo? Hallo? Bist du die Lara? Ja. Weißt du, wer da am Telefon ist? Äh, nee. Wer könnte das sein? Ah, ja. Weißt du, wer? Ja. Wer denn? Äh, Michael. Michael! Nein, ich heiße nur Micha, aber ja, Micha von der Rampe hier. Wie geht's dir? Gut. Gut, was machst du gerade? Weil was stür ich dich? Äh, nee. Ich hatte mal die Schulgab. Alles gut. Nice, dann wünsche ich dir mal noch ein schönes Wochenende. Danke. Willst du noch jemanden grüßen? Liebe Grüße auch zu mir. Ist das deine Freundin? Ja. Alles klar. Jolien, liebe Grüße gehen raus. Och, wie süß. Aber Leute. Ein stopp. Ich heiße Micha und ich Michael. Bitte. Okay, nächster Anruf. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich bin gerade in der Reise. Ja, stell dich mal vor, wer bist du denn? Also, ich bin der Jamie. Ich bin 17 und ich komme aus Bad Rappenau. Das ist ein halb von. Aus Bad Rappenau. Da wurde McDonald's, Subway, Burger King und Pizza-Ding auf einem Fleck ist. Ja, genau. Nice. Was geht am Wochenende? Ähm, nicht viel. Es ist ein schönes Wetter. Wahrscheinlich wird es ein bisschen rausgehen. Hört sich gut an. Ey, Nischi, korrekt. Du hast mal bei mir kommentiert. Ich habe mal den Song genutzt. Ich versuche immer fleißig zu kommentieren. Es kann sein, dass ich manches nicht sehe, aber ich gebe immer fleißig Gas. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Anständig bleiben. Ciao. Ciao. Hallo. Servus. Moin. Moin. Was geht ab? Ja, spaßig auf jeden Fall nicht. Boah, shit. Jetzt ruft meine Mama an. Oh, kritische Lage. Was geht am Wochenende? Ja, so am Wochenende. Also morgen habe ich Geburtstag. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Schönen Geburtstagsfeier. Willst du schon jemanden grüßen? Ja, ich würde Jana grüßen und Melina und Julek. Du hast drei Freunde. Ja. Jana, Melina, Julek. Läuft bei dir, Junge. Grüße von Janni gehen raus. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. We're Snow Connect. Lieber Noah, die falsche Nummer geschickt. Ja. Hallo. Oh mein Gott, nein. Wie geht es dir? Gut, und dir? Ja, auch. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ich komme aus der Armberg und bin 14. Und was ist dein Lieblingssong von mir? Irgendwie sind alle voll schön. Okay, und wenn du dich entscheiden musst zwischen einem, welches dein absoluter Favorit, wenn du nur eine in deine Playliste fangen darfst? Nee, da muss alles drin sein. Da muss alles drin sein. Okay. Sehr gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ähm, ich will meine Mom grüßen. Wie heißt denn die Mom? Andrea. Okay, Andrea, grüße von deiner Tochter Fabienne gehen raus. Dann grüße ich noch, meine beste Freundin Melanie. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ach, die war jetzt aber süß. Okay. Nächster Anruf. Hallo? Micha? Ja. Hi. Wie heißt du denn? Ich bin der Joe. Der Joe. Nice. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ich bin 17 und komm aus Osterzelt. Deinen neuen Song einfach. Oh, das freut mich sehr. Hast du schon deine Playlisten drin? Ja. Auf Favorit Nummer 1 sogar. Okay. Dann gehen wir mal ganz, ganz liebe Grüße raus an die Klasse BVBD vom Joe. Dann habt viel Spaß beim Anrufen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Lass krachen. Ja, ciao. Ciao. Oh, mega. Das ist so witzig. Ich freue mich echt, wenn ihr euch freut, dass ich euch anrufe. Das ist echt schön. So? Leo? Ja? Wie ist die Stimmung? Gut. Bei was störe ich dich gerade? Bei gar nichts. Ich habe Corona. Oh, shit. Hast du einige Symptome? Ja. Boah, dann wünsche ich dir erstmal gute Besserungen. Vor allem wenig Langeweile während der Quarantäne. Das ist langweilig. So ein schönes Wetter draußen. Man kann nicht laufen. Boah, ja. Voll traurig. Aber aus dem Fenster gucken macht wenigstens gute Laune, wenn wenigstens die Sonne da ist. Willst du dein Lieblingssong von mir? Äh, Party Animal. Alles klar. In diesem Sinne. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Leo. Danke. Tschüss. Ciao. Oh, zum Glück hatte ich schon Corona. Aber das war schon sehr, sehr nervig. Muss ich schon dazu sagen. Hattet ihr schon Corona? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Nächster Anruf. Hallo, Papa. Hallo, liebe Sophie. Hi. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch. Ich habe vor lange gerade gewartet. Ich freue mich total. Das ist schön. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich bin 17 und komme aus Schattenberg, aus dem Dorf. Du hast voll die angenehme Stimme. Du hast so voll die beruhigende Stimme. Das ist der Wahnsinn. Danke. Willst du sonst noch irgendwas sagen? Ja, ich würde gerne meinen Freund grüßen. Sami, liebe Grüße. Von deiner Freundin gehen raus. Dann wünsche ich dir mal noch ein schönes Wochenende. Vor allem bleib gesund und anständig. Danke. Alles klar. Mach's gut. Mir auch. Danke schön. Ciao. Tschüss. Ach, das war süß. Nächster Anruf. Six and a half hours later. Ja, der Max will wohl nicht mit mir sprechen. Okay. Let's go. Ja? Hallo? Hallo? Daniel, was geht ab? Ähm, Schilder ausfräsen. Noch ein Gang nach Gülle führen. Wo kommst du her? Irgendwo aus dem Schwarzwald, aus Rothaus. Wo die Rothausbrauerei ist. Wo's Zäpfle herkommt. Tannenzäpfle, gell? Willst du jemanden grüßen? Ja. Grüße an den Schwarzwald, gehen raus. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und damit kommen wir zum letzten Anruf für heute. Bin gespannt, ob die Gute rangeht. Ich bin gerade live. Mama war da. Hallo? So. Was machst du? Ähm, ich mach Mathe-Ausaufgaben. Oh, und dabei störe ich dich. Weißt du, wer am Telefon ist? Ja. Klappt alles, oder klappt es nicht in Mathe? Ja, es klappt alles. Cool, und was steht am Wochenende an? Vielleicht gehe ich meinem Papa ein bisschen auf den Acker oder so. Das hört sich gut an bei dem Wetter. Liebe Theresa, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke schön. Mach's gut, tschüss. Ohne Witz, es war so cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht, euch anzurufen. Es ist einfach so schön, wenn man das Lächeln schon in der Stimme hört. Ähm, ich werde die Aktion vielleicht mal wieder machen. Könnt ihr hier reinschreiben, falls ihr Bock drauf habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wann auch immer das Video online geht, ähm, lasst ein Abo da. Liebe Grüße. Micha von der Rampe. Ciao.